Hey Leute willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen Pillars of Fortune hier auf Cubecraft. Mit dabei ist Ems33. Hallo Ems. Moin. Ja, wie schon gesagt, wir spielen hier die neue Map und zwar Pillars of Fortune. Hier steht Ems auf einer Bedrockmauer. Es kommt dadurch dann mit random Items. Wir versuchen, die Gegner runterzuwerfen und das Spiel zu gewinnen. Wir haben schon ein paar Runden gespielt und wie ist dein Einblick gerade durch Ems? Wie findest du das Spiel? Ich find's sehr cool. Ja, wenn man nicht direkt runtergeworfen wird, ist es echt cool. Du Hund. Nicht dein Ernst. Wie lucky war das denn? Ich hab ihn ins gekillt. Sehr frech. Und du bist direkt runtergefallen. Was denn jetzt los? Ich hab mich auch runtergeworfen. Achso, ich hab dich auch runtergeworfen. Wenn das so ist, na dann. Na dann irgendwie zu geil. Was geht denn jetzt ab? Lava Map. Geil. Direkt zwei gute Blöcke. Direkt einen runtergeworfen. Das ist geil. Oh, Neroid-Axt. Ich würde auf ihn gehen. Hoch ein Fisch. Glowstone. Eisengitter. Trockenbeton. Blatt. Oh, das ist ein Lytra, dein Typ. Oh, Herr Polz bekommen. Let's go. Und du bist weg. Oh nein. Drowned. So, schnell wieder nach oben. Schnee Golem. Könnte auch auf ihn gehen jetzt. Nein. Nein. Ich bin runtergefallen. Oh. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich hab geblockt, Glatzer, weil ich bin nicht gestorben. Neue Runde, neues Stück würde ich sagen, Ems, oder? Ja. Ja. Hoffentlich geht es jetzt besser. Gibt es schon ein Eckerspielmodus? Noch nicht. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Und... Ne, normal Modus. Oh. Naja, nicht ganz normal, oder? Die Pillar sind ein bisschen nicht so hoch, dieses Mal. Oh. Brauchst du eine Musikschallplatte? Ja. Oder am Setztkling? Ja. Ja. Eine Mauer. Kann ich auch hier platzieren. So. Oh. 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 Jungs, was ist hier los? Kein Plan. Ich glaube, Ambos gehts auch mein Gott, das wird dumm. Nein! Oh mein Gott. Well, nächste Runde. Nächste Runde. Hallo, Ems. Wo bist du denn? Hier. Hier. Achso, hallo. Stufe. Jungs einfach auf Birkenwald gekriegt. Pickling. Geil neue Blöcke. Das kann ich da platzieren. Schalkerhöhle bringt auch nicht so viel. Glasscheibe kann ich hier platzieren, die noch höher. Spinnweben brauche ich jetzt nicht zu klatschen. Oh mein Gott, ich habe fast geklatscht. Oh mein Gott, ich habe fast geklatscht. Nein, ich habe fast geklatscht. Ich habe ein Spinnennetz. Zu klatschen ist perfekt. Wo habe ich den Alwasser einmal? Ich habe netherite. Brauchst du netherite? Nee. Wo willst du denn? Da bist du. Das ist ein ganzes Skybase hier. Natürlich. Holz, let's go! Ich freu dich, wenn du Holz hier abgibt hast. Weil du daraus vier Blöcke hast. Ach so. Ah, ich bin maximal Bauhöhe. Der wird auch runterfallen. Tschüss! Einfach verarscht. Der geht mit dem da unten. Die muss erst weiter runter. Wo ist die jetzt hin? Die da hin. Das sind nämlich Blöcke. So, so. Unter dir, unter dir, unter dir. Ich bring zu dem rüber. Oh mein Gott, ich hab überlebt. Komm her. Oh. Sorry. Nein. Schnell wieder nach oben. Schnell nach oben. Verdammt. Rot? Ja. Los geht's. Ich hasse es, in der Mitte zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres. Kannst du geil gesandwiched werden. Eine Karotte! Ah, da komm ich nicht hoch. Nein! Oh mein Gott. Bin tot. Wo ist denn der Ems? Da ist der Ems. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch schon gespielt habt. Und ob die Musik im Hintergrund auch zu laut oder zu leise ist. Ob das passt. Wäre mir echt interessant zu wissen. Ja. Manchmal sind es echt komische Runden, oder? Ja. Manchmal klappt es irgendwie ganz gut, kommt es echt weit. Und dann hast du irgendwie gar nichts mehr. Ganz, ganz komisch auch wieder. Wolltest du dir einen Typen sandwichen? Den darf? Ja, Mo. Ja, Mo. Ja, Mo. Oh, der wird auf mich gehen. Ich seh's. Oh mein Gott. Ich krieg nur Müll. Denkst du, was ich krieg? Ich schaufel alles. Komm von hinten, ich komm von hinten. Ja, ja. Noch ein Teppich. Es sieht so verrückt aus, diese Konstruktion. Tschüss. Einfach teamen. Na, oh mein Gott. Nein. Du nicht. Kann ich mal was? Ich muss nur ein bisschen größere Fläche aufbauen. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Ich geh auf den ganz oben. Oh mein Gott. Okay. Buch. Brauchst du ein Buch? Ah, das Buch ist weg. No. Ja, erst. Jetzt durchs greift wieder gut. So. Ein. Der Scheiß. Oh mein Gott. Rip. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau an so einem bin ich gestorben. Komm her. Wie der dich schon anguckt. Fight me. Hab gewonnen. Yay. Let's go. Glückspilz. Das war kein Glück. Doch. Nein. War kein Glück. Jetzt werden wir dich. Hm? Jetzt werden wir schon wieder. Dann lass da auf den in die Mitte gehen. Der hat mich halt so anklotzt. Kannst du gerne machen. Ich geh einen anderen Weg. Wow. Nein, nein. Okay. Hast du mal einen Schreiter? Ey, das ist der, ob du auf Lava laufen kannst. What happened? Ach so. Was hast du gemacht? Der hat ein Bett abgebaut. Na gut. Sonst mach einfach eine neue Runde. Na runter. Hab noch einen mitgenommen. Let's go. Ey, geil. Hm. Hm. Falls ihr euch fragt, was für Musik ist mir in der Grund läuft. Das ist die NCS Top 100 No Copyright Sounds. Öffentliche Playlist von Spotify. Wenn ihr euch in die Playlist packt, dann könnt ihr die auch gerne selber hören. Jetzt bräuchte ich so einen Kackschreiter. Da unten sind sogar welche. Ja, da brauche ich einen Sattel. Wir bringen so viele runter. Wir haben einen Sattel. Hä? Warum blieb ich hier nicht inzen runter? Kannst du machen. Hast du grad Back-to-Back Steinsäge bekommen? Ja. Geil. Was ist daran geil? Ich hab wieder Holz bekommen. Kann ich bitte daran platzieren an der Tür? Nein, okay. Ach so. Oh mein Gott. Nein. Leider wieder. Weiter hoch. Nein. Und es geht weiter in die nächste Runde. Ich hab Zombie-Dorf-Gemona bekommen. Let's go. Dreimal Holz hintereinander. Frech. Junge, was. Junge, was. Was ein Cheater. Katze. Läuft da wieder auch einen selber an? Ja. Ich hab nämlich einen. Crazy. Also bevor ich runterfahre, bläte ich den einfach noch kurz. Nein, 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 nein. Lagergeist. Netherite Helm. Warum sterben die alle? Ich weiß es nicht, warum hast du für Blöcke bekommen? Was hast du für Lak schon wieder? Nur Blöcke. Ja, das ist ja voll frech. Jetzt bauen sie gleich nur Warten. Ah, gut. Nein, nein, nein. Ich hab mich geklatscht. OP GAP. Oh mein Gott. Oh ich bin der krasse Zecker. Lagergeist und Spinner. Hallo. Recht mit hier. Nein, 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 nein. Nein Nein Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich bin schnell, dass ich einen Wasserschaden kriege. Oh mein Gott. Nein. Danke. You got me. Ich habe fast wohl nicht einen Spieler. Einen Spieler nur noch. Der ist wahrscheinlich ganz oben. Ja, schon da. Der ist da oben in dieser... Ähm. Der, wo es Wasser runtergeht. Da, wo du stehst, der musst du hochgehen. Da oben ist der eingebaut. Der ist voll eingekämmt. Das schaffst du noch. Auf geht's. Hast du noch Blöcke? Nein. Doch, ja, schon, aber... Der ist ja mies eingekämmt. Oh mein Gott, ich hasse es. You got these. Sogar ein Kill. Unentschieden. So, das war die letzte Runde. Und dann... ...warst du schon wieder. Soll ich sowas öfter machen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. So. Routine, das ist... Nein, keinem. Türe. Bigger. Hä? Wait, what? Aufsteh nichts. Ich habe überlebt. Wie habe ich überlebt? Ah, die Tür hat, glaube ich, den Fall... ...geblockt. Du musst, ich spring mal rund durch. Warum? Ich will nochmal eine Runde machen. Okay. Bin. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Und es geht in die letzte Runde. Who likes badwars? Was für badwars? Hat dir mal in den Chat geschrieben? Who likes badwars? Jetzt oder was? Nee. Ich habe, wer mag badwars? Also allgemein wahrscheinlich gefragt. Das gibt's auch neu, ey. Ich habe, ob you buffed. Kannst auch badwars spielen. Oh? Echt? Ja. Ich kann es gleich mal ausprobieren. Okay. Oh mein Gott, nochmal Holz. Zweimal Holz wieder hintereinander. Ja, du hast immer das Flak. Zwei Kills gemacht. Let's go. Hier ist einer, der sich wieder einbaut. Oh, nö. Ich bin aber direkt über ihm. So. Was soll ich denn damit machen? Problem. Nice. Oh, drin ist ein Doppelteam. Sorry, Fisch. Du musst weg. Oh, scheiße. Also, ob du beide willkommen hast. No way. Das wundert euch heute auch. Habt ihr schon runtergefahren? Nein, nein. Ich brauch Essen. Hast du Essen? Nein. Ich hab nichts zu essen. Ich muss jetzt einen Lister haben, hier. Ja, du denkst nicht gerecht. Ja, können wir machen. Das ist auch so ein kleines Quas, Timmy. Nein, nein. Nein. Oh, mein Gott. Gewonnen. Das war's auch schon mit diesem Video. Schreibt mir gerne noch in den Kommentaren, was wir noch machen sollen. Hat euch gefallen. Und würde ich sagen, sehen Sie in dem nächsten Video. Ciao. Ciao. Tschüss.